Die Athener sind schwach. Wir treffen Podarkes da, wo es ihnen wehtun wird. Intimieren? Schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen, Kyra. Ich freue mich auch. Seit du hier bist, glaube ich tatsächlich, dass wir diese Rebellion gewinnen können. Also, du sagtest, wir schlagen jetzt zu? Der Schatz der Insel wird an einem zentralen Ort bewacht. Wenn wir ihn finden und stehlen, mangelt es den Soldaten an Sold, Waffen und Essen. Dann wäre Podarkes endlich angreifbar. Dann stoßen wir unsere Klingen zwischen seine Rippen und verfüttern seine Leber an die Hunde. Bevor wir irgendwen an Tiere verfüttern, kannst du mich zum Schatz der Insel bringen? Unsere Spione haben ihn in der Festung Miltiades lokalisiert. Ich lasse Praxos die Truppen sammeln. Es ist besser, wenn nur wir beide gehen. Dann ist es leichter, unbemerkt rein- und rauszuschleichen. Du willst mich ganz für dich allein, oder? Dann gehen wir mal los. Der Sieg ist nahe. Ich kann es fühlen. Wir haben noch nicht gewonnen. Die Festung wird tückisch und die Götter können lau nicht sein. Die Götter haben dich zu mir geschickt. Ich glaube nicht, dass dein Tod in ihrem Sinne wäre. Also, was willst du von unseren Inseln? Ich bevorzuge Mykonos. Auf Delos wird Blutvergießen nicht gern gesehen. Die Priester haben so viel Angst, Apollons heiligen Boden zu besudeln, dass man schwangere Frauen vor der Geburt nach Miltiades lokalisiert. Wow. Ernsthaft? Wow. Sorry, aber ich muss noch eben zu... Ganz ehrlich, da würde ich sogar Inder abrührteilen, weil... Aber hier ist es nicht so wie in Witcher, wo man eine Beziehung haben kann, oder? Wäre schon cool. Dann würde ich Kira nehmen. Ganz ehrlich. Wenn es eine Beziehung geben würde. Aber hier kann man wahrscheinlich auch einfach nur Spaß haben. Und ich glaube, das könnte... Ich versuch's einfach mal. Du bist zurück. Ich hörte Fischer Geschichten vom wilden Ritt der Adrastea über die Wellen erzählen. Die Flotte der Athener ist zerstreut. Ha! Die Haie sollen sie fressen. Danke mir nicht zu früh. Der Helm deines Vaters ist verloren. Ich kann mich nicht mal mehr an sein Gesicht erinnern. Der Helm war alles, was ich von ihm hatte. Doch du hast die Flotte vernichtet. Das ist meine Rache. Kann man den Helm überhaupt? Du hast Herz. Du hast Herz. Aber deine Truppen sind deine Familie. Die Athener werden uns alle töten wollen für das, was ich getan hab. Dann kommen wir ihnen zuvor. Ganz genau. Wenn das der Plan ist, greifen wir die Befehlshaber an. Ich töte die Befehlshaber. Wenn ihr marschiert, sehen sie euch kommen. Das mach ich besser allein. Ich schalte die Befehlshaber. Ich hab doch schon alles ausgeschaltet. Gehe den Mistkerlen an die Kehle. Aber lass mir etwas Athena-Blut übrig. Nicht was was zu tun ist. Wenn die Befehlshaber tot sind und mehr Spartaner eintreffen, fließt mehr als genug Blut für uns beide. Quäst? Finde die Athena und Lemarchen und kümmere dich um sie. Polymyon-Essamblele-Gar-Militär-Lager-Westlichtes. Achso. Einen habe ich schon getötet. Einen habe ich schon getötet. Staatsfatz befindet sich auf Mykanos. Sie steht im nördlichen Teil des Gasthauskaps. Sie befindet sich in der Festung Miltiades. Wir wollten da doch eh hin, ne? Die Orte habe ich übrig gelassen und die müssen wir jetzt wirklich noch machen. Weil das müssen wir noch machen. Und das müssen wir noch machen. Ist geil, wenn da wirklich zwei Polemarchen noch sind. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Es sei denn, hier ist noch ein Polemarch. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das noch einer ist. Aber... Was machen wir zuerst? Lass es am nächsten kommen. Obwohl... Folgt uns Kira noch? Wenn Kira uns folgt, wäre es eigentlich schlau, das mit dem... zuerst zu machen. Nö. Da ist er. Versucht sich zu verstecken. Bis jetzt bin ich richtig gut durchgekommen. Überrascht mich. Aber ich, äh, spiele auch noch intelligenter als sonst. Mittlerweile sind die Büsche, mein Freund. Und ich töte erst wirklich die, äh, leichten Gehalter. Hier sind zwei Polemarchen. Ernsthaft, hier sind wirklich zwei Polemarchen. Oder? Das sieht so aus. Ich weiß nicht. Sind das zwei? Nein, das ist einer da. Das könnte auch einer sein. Das ist keine. Egal. Ausschalten. Töten. Ähm. Ähm. Ne, ich weiß nicht, ob ich einen One-Hit machen kann. Zu riskant. Der ist zu riskant. Der ist zu riskant. Der ist zu riskant. Ich muss wissen, woher das kann. Ich glaube, die werden... Ah, ich verstehe. Durch den Skill werden die unaufmerksamer. Also das heißt, ich werde nicht mehr von allen von... Okay, dann ist das gut. Ich habe mich ja drüber aufgeregt, dass die mich immer sofort finden und so. Dass alle auf einmal hinter mir her sind und so weiter. Oh, da war einer drin. Ja, gut, man da. Die Befehlshaber sehen auch nicht gerade stark aus, also ich glaube hier gibt es nicht so starke Befehlshaber. Richtig lustig wird es erst in der Festung. Die habe ich ja mit Absicht noch nicht gemacht. Warum machen die Schichtwechsel? Ich muss wirklich die Gegner beobachten. Komm, geh du an mir vorbei. Okay, lass ihn nachsehen. Der wird sich bestimmt gleich umdrehen und sagen. Okay. 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 Perfekt. Funktioniert momentan wirklich alles gut nach Plan? Funktioniert momentan. 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 Ah! 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 Wir hatten es schon abgeschlossen. Ich hätte gehen sollen erst mal. Besonders weil... Es war so gut. Ich war so gut. Und dann der Letzte ultet mich. Da ist er. Versucht sich zu verstecken. Ich kenne diesen Ort mittlerweile wegen meiner Westentasche. Ich kenne den Typen. Ich versuche alle. Die haben irgendwie ein Schichtwechsel. Ich war gut. Bis der Letzte. Die mit dem Stab. Da muss ich aufpassen. Da muss ich wirklich aufpassen. Ich riebe mich fest. Ja, das war so schön. Es hat zwei Schicht tutto einen Geräusch. Der hat einen Geräusch gemacht. Das will ich gut. Ich habe nicht in die Schicht. Die sind meああ lecker. Der hat eine Schicht. Ich kriege mir auch einen Schicht. Der hat den Schicht. Hier kann ich mal zum Glück ein bisschen weiter bewegen. Oh nein. Den Typen muss ich da runterkicken. Das ist der üblere von denen. Obwohl nein, ist hier gar nicht der üblere von denen. Das habe ich vorhin ja auch schon gemacht. Den gestochen und runtergeschmissen. Habt ihr Schichtwechsel? Nein. Oh, das ist der üblere von denen. Was ist das für ein Garage? Oh, das ist der Knopf. Oh, das ist der Knopf. Hm, den kann ich nicht als Loch mitnehmen. Oh, ja. Oh, ja. Jetzt geh ich hier raus, obwohl ich glaube nicht, dass der mich jetzt gegen kann. Mein Plan ist... Ihr kennt ihn ja. Schon. Bestimmt. Oh komm, ist das dein Ernst? Du kommst nicht mehr hoch. Zeig mal, was fehlt. Ob das was? Na, kommt schon im Special. Bleibt noch einer? Den habe ich total vergessen. Wo bist du nur? Das ist viel zu leicht. Vielleicht? Du bist nicht schneller als ich. Sicher, jetzt ist es hell. Ich kann mich mithalten. Ich bin nicht mehr. selbst die götter konnten Neocles ist irgendwo auf Delos Dann holen wir uns die Festung zuerst Hier holen wir uns die Festung zuerst Weil ich denke mal Da ist er auf dieser Insel Wo ist der da auf dieser Insel? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das?